Obwohl, wenn du im Gewitter bist, dann bist du eigentlich ziemlich schnell beim Blitz getroffen. Ja, aber du musst erstmal das weiße Licht halt kriegen. Freestyle, ich hab hier einen Garstigen gefunden, Garstigen Totenschädel. Oh, läuft. Ey, ich muss kurz eine Sache checken. Ist das die gleiche Stelle? Nein. Ich dachte, die Kiste ist wieder nach der gleichen Stelle wie vorher auch. Nö, nö. Also wieder das letzte Mal hier. Weil dir das wieder so aussah. Das ist eigentlich mit den ganzen Pflanzen hier, soll die verdorren oder wie? Diese Handelsquest machen wir aber nur, weil wir es sowieso machen müssen. Wir machen die, wir bringen die halt nicht weg. Achso, ok, wir lassen die bloß stehen. Ja, wir nehmen die einfach nur an und... Hauptsache, genau. Hauptsache, die Quest ist weiter. Boah... Fickt euch doch, Alter. Warum müssen jetzt hier... Äh... Sag, ey, fangst du hier dran? Ja? Ja, wo ist er jetzt mit seinem Scheißfass? Will er mich... Alter, ich steck grad... Ja, Festungssprengfass auch noch. Oh mein Gott. Natürlich. Ich steck grad die Pistole weg, da taucht er aus dem Gebüsch auf und macht das Ding an. Zack. Classic. Ich steck immer noch damit zum Schiff. Ja. In der Lage. Krass. Ansonsten ist keiner da. Ja. Meine Orientierung ist grad aber richtig schlecht. Hahaha. Ich weiß nicht warum, aber ich hab immer das Gefühl, dass mein Kompass kaputt ist. Oder... Ja klar. Oder ich bin verwirrt. Das kann auch sein. Hahaha. Eher das Zweite. Vielleicht ziemlich Kaffee. Das... Ich bin... Ich bin dumm. Ich hab schon... einen Fehler gefunden. Hm? Ah, ja. Ich bin zu müde. Hahaha. 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 Wie lange wirst du schon auf heute? Hm... Na, heute... Seit 10ern. Ah, ja. Gut, dass du keinen RIP-Counter hast. Ja. Kommt noch. Hm? Ja, wo ist die Scheißkiste? Zurück muss ich samstags halt nicht studieren. Sondern nur halt... in der Woche. Es gibt nur einen Samstag, wo ich... da sein muss. Achso. Weil da irgendein Termin ist, wo wir da sein müssen. Ich glaub, irgendwas mit Ethik. Da ist doch. Alter, willst du mich verarschen? Ich hab einmal reingestochen, Alter. Guck mal, hier hab ich gerade gebuddelt, Alter. Ja, aber daneben. Kommt noch einer. Ich bin mit dem Cheeseball verfasst, oder? Wir wollen hier noch spawnen. Oh. Festungsschießpulverfass. Ja. Schieß mal auf die Beine. Ah, da ist es ja. Oh, leg mich am Arsch. Geh mal weg. Boah. 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 Wer macht das denn jetzt? Wer war das? Das war ich. Boah. Boah. Ey, ich schieß dreimal auf die Beine. Boah. Ich konnte ihn widerstehen. Hooh. Boah. Boah. 3.000 gold für dich gewesen ja ich weiß aber du wolltest geld haben wir müssen nach norden werden wir dann können wir von da aus in den westen um die athenas wundern wir noch aus uhr nach westen wir bock haben entweder der engels bei sergay mach mal hap und hap und nation da bist du er hat mich abgeschleppt nur den manchmal er hat sich doch bestimmt da ausgelockt mit seiner schaluppe der steht auch so lange da schon und der zweimasser hat damit segeln mitten im links geankert was die da wohl machen die donut insel das war ja ich bin nach norden nach der hat alles abgeben genau 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 so machen wir zum weg noch ein schießpulver fast gefunden was ist da passiert macht ihr für einen was soll das wer hat jetzt auf das sprengfleisch geschossen aber warte ich habe auf der anderen seite vom mast durch geschossen ja du kannst du schießen du machst du weißt doch ganz genau das ist dass man durch die mast schießen kann nein ich war dabei als wir das getestet haben nein ich weiß nicht nicht aber warum muss man denn wenn da jemand mit dem schießpulver fast dahinter läuft warum muss man das dann ausprobieren weil das vorher nie ging das ging nie erzähl mir nicht so eine scheiße wir haben noch in patch erzähl mir nicht so ein dreck wir haben es in jedem patch ausprobiert und jeder weiß es dass man durch die masten schießt nein ich nicht doch tausendprozentig ich nicht es ging vorher auch kannst du mir glauben ne ich wollte ich wollte bavaria jetzt eigentlich nur angst einjagen ja und aber dann hast du halt in die luft geflogen das war halt echt nicht mit absicht aber ich wusste das echt nicht ohne spaß ja dann kannst du wenigstens den mast jetzt auch mal reparieren ne ja achso muss man noch dranpinnen oder was achso ok naja ehrlich also angst einjagen ist es nicht wenn man auf jemanden schießt der schießpulver fast in der hand hat ja ich wusste wirklich nicht dass man da durch schießt gar ist ja ok alter so richtung norden ja ja jetzt haben wir uns zweimal im kreis gedreht und der zweimaster lacht uns jetzt wahrscheinlich aus ja ja der ist auch offline ne ne der schaut auf uns die waren gerade vorne geankert und sind jetzt gerade weiter gefahren ja ja steuerrad ist auch im arsch ja vermutlich anker auch oder ja ja dann präpariert mal schnell bevor gleich jemand denen bei uns irgendwann kommt es ja die kommen jetzt ich weiß nicht ob das andere mast noch einen knacks hat oder so rechte seite ne halt nicht ja wer solche freunde hat braucht keine fände mehr genau hier und hier ist ja ja kommt passieren vor der zweimaster ist neben uns ja sind halt die minecraft spieler ne ja sind halt die die halt auch mal was anderes spielen als nur dasselbe und halt auch mal keine ahnung haben so ja 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 ich traf nicht auf die distanz ne ich hab nur einen schuss geschossen weil ich denke mal so es muss ich nicht alles zu verschießen den wir draußen getroffen aber jetzt haben sie schieß Ey, da sind vier Männer vor. Lass mal schnell weg, ey. Das ist eine Stadion-Produktion. Ich bin da ein bisschen verballert. Ja. Also ich spiele auch mal was anderes, Kulisa. So ist es nicht. Aber ich spiele da nicht so einen Scheiß. Minecraft, Alter. Den Tag habe ich gedacht, jetzt ist der... Jetzt ist... Da war völlig Ende bei mir. Da ging gar nichts mehr. Ich habe ja auch mal Bock auf Minecraft. Warum nicht? Weil Minecraft irgendwie... Keine Ahnung. Da spiele ich... Wenn ich unterwegs bin auf dem Taschenrechner oder was. Keine Ahnung. Ja, eben das Seine, ne? Das ist halt so ekelhaft von der Grafik her, ne? Sowas ekelhaftes. Ich finde das eher nostalgisch. Ich meine, ich habe auch noch am Computer gespielt. Da war... Die Minecraft Quali... Full HD. Also... Damals nannte man es HD. HD, nicht Full HD. Das ist schon ein großer Unterschied. Full HD gab es nicht, Mann. Ja, du sagst es gerade... Ich meine, es war halt... Es war halt High End Quali, so. Ich weiß. Erbsenzähler. Erbsenzähler, sagt er. Erbsenzähler. Da kommt ein... Felsen, ne? Keiner ist am Steuer. Ja. Ja, das ist gut. Du bist am Steuer. Ja, wenn das jetzt kracht, bist du schuld. Ja. Ja. Kann es gerade werden. Ich sag doch den Namen nicht. Was sagst du für Namen nicht? Lukas Arts Games. Das ist Nostal... Nostalgie. Oh ja, Lukas Arts. Wer nie auf dem C64 oder Amiga 500 gespielt hat, weißt du auch gar nicht, was Retro ist. Ne. Ich hätte auch früher noch so eine Fake-Attack gezockt. Das weiß ich noch. Ist auch lustig. Ich habe erst vor einem halben Jahr oder im Jahr, habe ich wieder die Indiana Jones alten Spiele von Lukas Arts gespielt. Ich warte so sehnsüchtig auf einen neuen Indiana Jones. Oh ja. Aber vergeben. So sehnsüchtig. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob halt jemals noch mal was kommt in die Richtung. Ich vermute nicht. Da ist immer noch groß eigentlich. Ich habe letztes Wochenende das alte Super Mario gespielt. Ich habe einen Kollegen besucht gehabt und der hat so ein Gramm oder sowas. Und da konnte er die ganzen alten Spiele spielen. Diese allererste Mario Kart. Was ist das für eine Gally voraus? Da steht eine Spieler-Gally. Genau. Fick gerade aus. D64 gespielt. Ja. Hast du Angst oder was? Es wird keine Indiana Jones geben. Schleck sich doch nicht gleich ein. Bin doch zu unsicher. Das ist es seit 2005, Gally. Was das hat er doch vor einem halben Jahr im Interview gesagt, dass es keine Indiana Jones mehr geben wird. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja gut. Film. Aber nicht Spiel. Spiel wäre geil. Ja, ich will halt ein Spiel haben. Genau. Ja. Genau. Ja, die Gally ist da gerade gespawnt. Machen wir sie trotzdem schnell weg? Oder? Ja, wenn sie gespawnt ist, bringt es uns ja nichts. Das lassen wir lieber. Müssen wir denn da nicht hin? Ne, ne? Ne. Ja doch, das ist der Außenposten. Ja gut, eine Außenposten. Ja. Also rechts der. Ja. Ja, vor uns rechts. Sanken Grove ist rechts. Ja, aber wir müssen erst nach Dekatus verkaufen. Ja. Also machen wir die erst weg, fahren dann schnell nach Dings rüber, nach Sanken Grove, holen die drei Kisten und fahren hier wieder zurück. Ja, ok. Na gut. Ich seh schon, es ist blutend in der Stimme. Was? Man müsste halt mal, ich werde das nach dem Streamen nachher, werde ich mal googeln, ob es mal irgendwann wieder einen neuen Indiana Jones geben wird, weil darauf warte ich echt irgendwie. Tom Prider werde ich wahrscheinlich morgen weiterspielen, wenn keiner CFC spielt. Mal gucken. Ja, die sind gerade gespawnt, aber ist mir egal. Wir machen die weg, damit wir den Anleger frei haben, sind verkauft. Boah, langsam werde ich müde. Echt, Meichen? Ja, dann hau mal raus. Dann hau raus, was du da gehört hast. Bin gespannt. Was haben die für Flagge? Ah, Regenbogenflagge. Also das haben sie schon mal aufgelegt, aber die Farben haben sie nicht gewechselt vom Schiff. Boah, jetzt kein Hai, Alter. Ja, aber echt. Ich hab jetzt keinen Bock auf den Hai. Holt mal das vordere Segel hoch. So, genau. Segel hoch. Alle stehen da vorne und gucken, Alter. Oder wisst ihr was? Fahrt mal rein, ich geh da mal ein bisschen boarden. Ja, genau. Links, 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 links. Leute, wo fahrt ihr hin? Wer ist am Steuer? Keiner. Keiner. Ich fahr. Keine Absprachen hier. Oh, scheiße! Oh, nein! Was schreit denn da? Oh, nein! Geht nicht. Geht nicht. Wir haben zu viel Speed gehabt. Ja, jetzt muss er Schlag voll rechts ein. Schlag voll rechts ein. Ja. Ich spring mal ab. Ja. Macht ihr das, ihr beiden bleibt an Bord. Reparieren, reparieren, reparieren. Unten ist alles heile. Ich kümmere mich um die Segel, macht sie reparieren. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Es geht, Meichen, es geht nicht um nen Film, es geht um ein neues Spiel. Die Frage ist, ähm, die Segel, ähm, sollen wir noch irgendeins hochholen? Ja, wenn du Zeit hast. Ja. Währends Schiff ist leer. Was erwartest du denn, diesen Rack gespawnt? Ja. Was haben wir denn gesagt? Das ist meistens so, wenn wir ein Schiff machen. Ja komm, dann lass uns mal den Anker losmachen und das Ding mal versenken. Ja komm. Oh man ey. Echt, Disney hat daran die Rechte? Ich wusste das gar nicht. Ja ja, doch. Eigentlich wollte ich heute auch die Offizie spielen. Viel aber aus wegen Kollegen, der mitspielen wollte. So viel das aus dann. Also weil er keinen Bock gehabt hat. Da kommen sie gerade. Die fahren los, oder? Ja. Ich? Wer? Wir sind das. Wir fahren die vor die Insel. Ja, ja. Ah, ok. Passt. Was? Habt ihr irgendwelche Spieler gesehen da drauf? Ne, da drauf nicht. Aber da steht am Steg. Ja, stimmt mal links. Der steht am Steg. Links im Wasser. Links im Wasser. Einer läuft zu unserem Schiff. Ja. Ja, lass die einfach nicht drauf aufs Schiff. Ja, die sind auch unterwegs zu unserem Schiff. Das sind Deutsche. Boah, das... Ja, ja, ich weiß. Das Ding hat hier einen Bindekreis wie ein LKW, Alter. Ja, servus. Er ist down. Ja, dann wird jetzt gleich hier einer spawnen. Zwei werden. Hä? Zwei spawnen. So. Ja. Unten oder oben? Ich glaub unten, ne? Ja, könnten lieber spawnen. Also bei uns ist es keiner mehr. Die Sache, ich muss davon aussehen, dass es vier sind, ne? Hol mal vorne Segel hoch, bitte, ja? Jo. Bei denen hier. Also auf dem... Schon bestanden. Wir wissen ja, wer wo drauf ist. Bei der Stimmung kann man sie echt gut auseinanderhalten. So, jetzt kannst du vorne runter. Hallo sehr. Hans, ja. Hier ist Hans on board. Ja, ehrlich, ey. Da ist, äh... Unten. Stiefelkreis, bye bye. Stiefelkreis. Rumpferwalter. Ah, cool. Seid ihr noch am Schiff runter? Nein, das ist nicht unser Schiff. Wir sind ja extra hier. Zur Erklärung. Wir haben die gerade geentert. Wir sind jetzt hier drauf. Wir passen jetzt auf, dass hier keiner die Löcher repariert. Und warten, bis die gesunken sind. Das finden wir ganz lustig. Ob es so gut ist, dass wir hier parken? Bitte? Ob es so gut ist, dass wir hier parken? Wer schwimmt? Jaja, ich muss jetzt noch kategorieren. Ich, ich war es gerade. Ich war es gerade. Alter, erschreck mich doch nicht so. Immer ankündigen. Immer ankündigen, wenn es kommt. Hallo sehr. Da oben. Da oben. Da oben. Ja, lass ihn doch. Lass ihn doch oben rumtanzen. Ihr habt ein Heil bei euch, oder? Solange er ja unten nichts repariert, ist doch alles gut. Wie machen wir das? Hallo sehr. Hier ist Hans, ja? On board ist es Hans from Germany, okay? So, live on Twitch, ja? Hey, meinの autoboxus. You yourself up. You yourself up. What the fuck is wrong here? Hehehe. Oh nein, this ship is sinking, ja? Oh nein. This is proud of you, ja? Hehehe. Oh nein. Oh nein. I don't know. Yeah. Bye-bye. Ja, ja, hier ist einer. Vorsicht. Muss er aufpassen hier, ne? Aufpassen, hier ist einer. Auf jeden Fall. Kann doch nicht wahr sein, hier ist einer. Wo kommt der denn her? Kann doch nicht wahr sein. Versteckst dich gerade, oder wie? Die labern. Ja, hier ist einer. Ja, hier ist einer. Ja, guck mal hier, muss aufpassen, ja? Geil. Ja, das Ding ist gesunken. Wie gesagt, es waren nur zwei gewesen, ne? Ja, das waren nur zwei, ja, ja. Und auch weiße Helm, die haben gar nichts gehabt. Ja. Ja, ihr könnt mal nebenbei das Zeug da verkaufen. Ja, genau. Freestyle macht du mal. Ich will immer davon aus, dass eventuell vier sind. Und jetzt noch mal, helft ihr mir mal hier? Nee, wir sinken gerade. So. Kann mir einer helfen hier? Wir sinken. Kann doch nicht wahr sein. Hä? Oh, da ist glaube ich vieler. Ich habe hier nochmal weggeschnitzelt, Alter. Warum, wenn das so neue sind, und danach kriegen wir richtig bereit sein, ab von den Legenden. Ja, aber echt. So fies. Aber dann habe ich eigentlich...